Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei Wetter.net. Ja, meine Güte, ist dieser Februar nun richtig kalt geworden. Der Winter war bisher ja so lala. Der Dezember ist 2,3 Grad wärmer ausgefallen als das Klimamittel. Der Januar war 1,1 Grad zu warm in Deutschland. Und der Februar, der könnte jetzt wirklich deutlich zu kalt ausfallen. Ja, und diese Kältewelle, die dauert auch noch in der nächsten Woche an. Da kriecht zwar ganz langsam so ein bisschen was an milder Luft vom Westen ins Land herein. Aber die kriecht wirklich nur langsam herein, fast so langsam wie unsere Impfkampagne. Und deswegen kann die milde Luft auch in der nächsten Woche nicht so richtig überall Fuß fassen. Da stellt man sich natürlich die Frage, was bedeutet das für den Frühlingstrend 2021? Hat der Winter vielleicht einen sehr langen Atem? Geht der Polarwinter rein bis in den März? Gibt es einen Märzwinter? Das schauen wir uns gleich mal ein klein wenig genauer an. Doch zunächst mal der Blick auf die Großwetterlagenkarte von morgen Freitag. Und man sieht hier wirklich wunderbar, die Kälte hat sich breit gemacht. Wie auf einem Sofa von Osteuropa über Mitteleuropa über Nordeuropa bis nach Westeuropa. Blaue Farben auf der Karte und das heißt, die Kälte ist da. Und das Hochhelida, das bringt jetzt zum Wochenende viel Sonnenschein nach Deutschland. Also wirklich ein Wintermärchen in vielen Landesteilen an diesem Samstag und Sonntag. Doch das ist nicht das Thema. Wir gucken in die Folgewoche. Nächste Woche, 15. bis 22. Februar. Und wir schauen uns die Wochenprognose an vom europäischen Wettermodell und stellen fest, hoppla, es bleibt ziemlich kalt. Vor allen Dingen über Osteuropa, aber auch über Deutschland viele blaue Farbtöne, dunkelblaue Farbtöne. Und das heißt, diese Woche soll im Vergleich zum Klimamittel deutlich zu kalt ausfallen. Und auch die letzte Februarwoche könnte demnach deutlich kälter als das Klimamittel ausfallen. Von Osteuropa blaue Farben bis nach Deutschland, teilweise bis zu den britischen Inseln. Also auch zum Monatsende eher eine zu kalte Phase. Und mit dem 1. März, da beginnt für uns Meteorologen ja schon der Frühling. Und wir stellen fest, das gibt wohl eher einen Kaltstart, wenn es denn so kommt. Viele blaue Farben von Osteuropa über Mitteleuropa bis nach Benelux und Frankreich. Und das heißt, auch die erste Märzwoche könnte eher unterkühlt ausfallen. Da spricht einiges für einen Märzwinter, zumindest in der ersten Märzwoche. Die zweite Märzwoche vielleicht ein bisschen wärmer, beziehungsweise normale Temperaturen in Deutschland. Im Nordosten dagegen Grenzwetterlage immer noch etwas kühler verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. Und dann gucken wir noch in die dritte Märzwoche hinein. Und auch die bringt noch keinen großen Temperatursprung, noch kein großes Frühlingserwachen. Nur der Süden, der könnte leicht zu warm ausfallen, aber sonst der große Rest eher weiße Farben. Das heißt, weder zu warm noch zu kalt. Das sieht alles nicht nach einem Frühstart in den Frühling aus. Und auch nicht nach einem besonders warmen März. Und jetzt schauen wir uns mal die NOA-Prognosen an. Ja, und was stellen wir fest bei den Temperaturen? Naja, der März bringt eher viele weiße Farben. Hier und da mal so ein paar orangene Kleckse. Das heißt, maximal ein halbes bis ein Grad zu warm. Gefühlt wäre das wahrscheinlich für uns dann doch eher ein relativ kühler März, der uns da bevorsteht. Wir gucken mal weiter auf den April. Auch da gibt es keine Luftsprünge in Sachen Wärme. Maximal auch hier so 0,5 Grad wärmer als das Klimamittel. Vielleicht auch bis zu ein Grad zu warm. Auch hier keine besonders hohen Abweichungen nach oben, aber eben auch nicht nach unten. Und noch geguckt auf den Mai 2021. Auch hier sehr ähnlich. Nur leichte Abweichungen nach oben, ein halbes bisschen Grad wärmer. Also alles noch im großen Rahmen. Da ist zumindest kein extrem warmer Frühling in Sicht. Und das gilt zumindest hier mal für diese Prognose. Besonders spannend sind die Niederschlagsabweichungen, die für das Frühjahr berechnet werden. Hier mal für den März 2021. Ja, und wir sehen hier komplett über West- und Südwesteuropa und auch über Deutschland viel zu wenig Niederschlag. Es soll deutlich zu trocken werden im März. Und das gibt es ja auch momentan schon so bei uns. Die nächsten 10 bis 14 Tage bringen eben auch schon kaum Niederschläge. Der Schnee taut ganz langsam ab. Und dann könnte eben noch dieser sehr trockene März folgen. Das wäre natürlich nicht so gut. Genau in der Wachstumsphase braucht die Landwirtschaft, braucht die Natur auch mal viel Regen. Und wir haben ja bereits drei zu trockene Jahre hinter uns. Und wenn das der Auftakt zu einem neuen trockenen Jahr werden sollte, dann wäre das ziemlich fatal. Wir blicken noch auf den April und auch der zeigt insgesamt weiße Farben bis orange Farbtöne. Und das heißt auch wieder normale Niederschlagsmengen bis leicht zu trocken. Und noch in den Mai geschaut. Ja, und der fällt wahrscheinlich nach dieser Prognose im Norden etwas zu trocken aus. Im Süden am Alpenrand da vielleicht auch etwas zu nass und in der Mitte eher ziemlich ausgeglichen. Also keine großen Luftsprünge bei den Temperaturen, aber eben auch keine großen Luftsprünge bei den Niederschlägen. Zu den Niederschlägen gucken wir uns auch mal das europäische Wettermodell an. Und zwar für den März. Und auch da sehen wir über Deutschland weiße Farben. Das heißt weder zu trocken noch zu nass. Also auch hier ausgeglichen. Und für den April gilt westlich von uns ziemlich trocken im April. Bei uns in Deutschland eher normal. Und zuletzt noch der Blick auf den Mai. Der könnte dann als erster Monat im Frühjahr mal ein bisschen mehr Niederschlag bringen als üblich. Und dieser Niederschlag, der wäre dann tatsächlich ein Segen. Aber ob es dann noch ein Wonnemonat werden würde, auch das ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Und immer wieder lese ich hier die Fragen, was macht denn die Trockenheit? Und das hier ist die Dürrekarte für die tiefen Bodenschichten. Bis in 1,8 Metern Tiefe. Also ganz tief unten drin. Und man muss leider feststellen, dieser ganze Niederschlag hat es immer noch nicht geschafft, bis ganz nach unten durchzudringen. Und besonders hier im Osten Deutschlands und auch im Norden, teilweise auch im Westen und noch im Süden, da herrscht in den ganz tiefen Bodenschichten immer noch eine ausgeprägte Trockenheit. Das heißt, wir bräuchten dringend Niederschläge. Und sollte das Frühjahr jetzt wirklich so trocken ausfallen, dann wäre das wirklich eine schlechte Sache. Denn wir bräuchten in diesem Frühjahr endlich mal wirklich wieder flächendeckend und langanhaltenden Niederschlag, der auch mal reinzieht in die tiefen Bodenschichten. Und das ist ja bisher nicht der Fall gewesen. Das zeigt diese Karte. Und diese Karte basiert auf über 2000 Wetterstationen. Auf echten Messwerten, da ist nichts erfunden, da ist nichts irgendwie frei berechnet, nichts frei modelliert. Da stecken wirklich 2000 echte Messstationen in Sachen Niederschläge vom Deutschen Wetterdienst hinten dran. Und so kommt dieses Ergebnis zustande. Also immer noch eine große Trockenheit. Die Karte ist übrigens der Stand vom 9. Februar diesen Jahres. Ja, das war's vom Wetter hier bei Wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube abonniert. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.